Aber es geht weiter, okay? Oh, ich hab's geahnt. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Ja, ist gut. Jetzt lass mich bitte auch machen. Wenn sich ein wütender Gegner aufsieht oder das Bild verschwimmt, bewegen sie sich in eine beliebige Richtung, drücken sie Umschalt, um mit einem Adrenalinmove auszuweichen. Bleiben sie dabei in sicherer Entfernung, um diesen erfolgreich auszuführen. So. Mal ein bisschen heilen. Lara kann sie an vertikalen Säulen festhalten, springen sie auf die vertikale Säule zu. Dann tun wir das doch. Umschalten lass ich mich fallen, ja. Und wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich auch ganz runter. Ja, loslassen. Noch ein Medipack. Hier ist nix. Ja, ja, ich hab's schon verstanden, wie das funktioniert. So. Stadt Vickawamba sagt mir nix. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo hochspringen kann. Oh, nö. Ja, kannst du die Musik bitte wieder abstellen? Hier passiert nichts, wenn ich draufspringe. Also es ist ja wirklich eine Stadt hier unten. Haha, ist ja cool. Nur noch gucken, ob hier irgendwas ist. Weil jetzt die Stadt der Wölfe so ungefähr war. Ja, wo ist er? Zeig dich. Da ist er. Puh, das wollte ich jetzt gar nicht. Zum Glück ist da nur Wasser. Ja, ich würde halt gern wieder raus. Okay, dann lasse ich den jetzt da oben. Aber hier unten ist nix. Ich komme hier halt nicht mehr raus. Ich komme hier halt nicht mehr raus. Ah, hier geht's rein. Okay. Einmal noch Luft holen. Ich wollte da jetzt halt nicht rein, aber ich komme nicht mehr raus. So, dadurch. Ja, das ist mir schon klar, dass Lara dann ertrinkt. Aber ja, ich komme hier auch einfach mal nicht mehr raus. Ja, was soll ich denn machen? Ich komme hier nicht raus. So, jetzt nicht da reinfallen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal in Ruhe um. Ja, toll. Tagebuch. Hm, interessant. Ach so, okay. So, offenbar muss ich ja da ins Wasser. Aber ich komme hier ja nicht durch. Und sie kann sich auch nicht an den Fenstern hier oder so festhalten. Ja, toll. Bringt mir nichts. Okay. Fisch. Ach, hier ist ein Hebel. Aha. Danke. Ja, und jetzt hoch. Laura. Sehr viele Fälle. Mhm. Bäh. Da war ich nicht schnell genug. Was war das? Hier, das kann ich schieben. Ah, okay. Oh, da hängt was drin. Oh, ist das ekelhaft. Lass dich fallen. Schrotflinten-Munition. Ja, ich habe aber keine Schrotflinte. Und ein Dorfschlüssel. Sehr schön. Aha. Ich sollte mich hier mal umsehen. Okay. So komme ich an das Tagebuch. Gut. 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 Hier können wir benutzen. Oh, es war so klar. Ah. Geil, halt mich jetzt so schrücken. Es wird das ganze Spiel über so gehen, dass ich mich die ganze Zeit erschrecke. Und gleich noch einer. Natürlich. So. Schön gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich habe was gehört. Also irgendwo hier versteckt sie noch was. Kontrollpunkt. Ja, okay. Ja, ich höre hier die ganze Zeit was, aber ich sehe nichts. Dann gucken wir mal. Mhm. Ich hoffe, ich muss nicht schwimmen. Ich hoffe, ich muss nicht schwimmen. Nee, da unten ist auch nichts drin. Nee, da unten ist auch nichts drin. Ich höre es die ganze Zeit hier was, aber ich sehe nichts. Gott, der Wind. So ist das also gedacht. Okay. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr hoch. Ich will hier noch nur mal kurz was nachgucken. Okay, die Geräusche machen mich körre. Nein. Nee, ich konnte wirklich nur hier lang, ne? Sonst nirgends. Nein, hier ist nichts. Dann gehen wir in den anderen Gang. Gut, ist dasselbe System. Ach, okay. Ein bisschen schwer zu erkennen. Wo ich mich jetzt langhangeln kann und wo nicht. Ich wollte gerade sagen, wehe, du hältst dich da jetzt nicht dran fest. Und drumrum. Puh. Nach was genau suchen wir jetzt eigentlich? Ich fand das Intro jetzt nicht so aufschlussreich. Ja, du solltest dich da auch eigentlich runterhangeln und nicht runterspringen, aber okay. Oh, hier kommt doch gleich wieder irgendwas. Ich werde doch hier gleich wieder angegriffen. Ich gehe mal trotzdem runter. Ich wusste es. Wozu ist die? Weil hier liegt ja nichts. Guck mal. Irgendwofür wird diese Kiste ja sein. Ach, damit ich da wieder hochkomme, wa? Ah. Nee, dahinter muss die. Gut. Ja, schön weiter schieben. Ich habe nicht gesagt, dass du loslassen sollst. Na doch, da lang. Was ist denn das? Okay, reicht. Dann ist ja gut. Und hops. Hoch. Wehe. Ach, da oben sind wieder irgendwelche Fallen. Äh, nee. Hier unten ist nichts zu holen. Da bin ich gestartet. Ups. Ja, ist gut. Okay. Ja, ich will meinen Fortschritt speichern. Ja, ich will meinen Fortschritt speichern. Ja, ich will meinen Fortschritt speichern. Ja, ich will meinen Fortschritt speichern.